Umkehr ist manchmal das, was wichtig ist, wenn es nicht mehr weitergeht. Wenn du dich irgendwo verrannt hast, dann gilt es umzukehren. Und wenn du gemerkt merkst, dass du etwas getan hast, was nicht richtig ist, dann bereue es und kehre um. Gerade im Christentum ist Umkehr und Bereuung und Buße etwas sehr Wichtiges. Und da wird ja auch gesagt, dass Jesus für die Vergebung der Sünden gestorben ist. Wenn du merkst, du warst auf einem falschen Weg, dann gilt es, es zu bereuen, bewusst zu machen, es war falsch und dann vielleicht Buße zu tun, umzukehren und dann daran zu glauben, dass Gott dir deine Sünden vergibt. Es ist nie zu spät, umzukehren. Es ist nie zu spät, dein Leben zu ändern. Es ist nie zu spät, andere um Entschuldigung zu bitten. Wenn du auf einem Holzweg bist, der nicht weiterführt, in einer Sackkasse, dann kehre um. Bleibe nicht in der Sackkasse drin. Aber wenn du weißt, dass der Weg in eine falsche Richtung geht, geh es nicht weiter. Kehre um. Manchmal muss man auch sagen, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Manchmal ist die Umkehr das, was wichtig ist im Leben.